Na? Hi, alles gut? Ja, bei dir? Ja, auch. Wie war Arbeit? Gut. Schön, dass du kommst. Ich mach mir ganz kurz den Wesen. Ja, ist mir alles gut. Und, hast du heute auf Arbeit viel gemacht? Ja, geht so. Geht so? Du? Ja, nicht so viel. Heute war nicht so viel zu tun. Ach so. Unsere Tochter sollte eigentlich auch jeden Moment kommen. Ach so. Ah, warte mal. Da ist sie ja. Ah, hallo. Ah, hallo Thorsten. Wollte ihre Tochter vorbeibringen. Hallo, Papa. Na, deine Kleine. Alles gut? Hey, Mama. Hi. Ja, heute ging's. Heute ging's? Ja. Hat sie ihre Brote gegessen? Nee, überhaupt nicht. War alles bestens. Hat sie ihre Brote gegessen? Ich glaube, wir haben auch extra heute gefrühstückt. Ja, alles brav haben wir. Alles brav haben wir gegessen. Alles brav haben wir gegessen. Wir haben zusammen gefrühstückt. Okay. Gut, Essen ist auch gleich fertig. Heute gibt's dein Lieblingsessen. Yay! Kartoffelsuppe mit Wurst. Das war nett, dass du unsere kleine Eische vorbeigebracht hast. Mhm. Ich glaub, du musstest auch schon wieder das nächste Kind abholen, oder? Ja, ich hab zu tun. Voll in Termin bleiben. Ich hab gleich noch zur Tür. Willst du noch was zu essen mitnehmen? Ja, diese ist gut. Es ist ein kleines Lumpen drin, ne? Passt schon, alles gut. Sieht gut aus. Oh nein, bis nächste Woche, ne? Jo, ich wünsch dir was. Jo, ich auch. Tschüss. Tschüss, schönes Wochenende. Jo. Sieht gut aus.